Bekommen jetzt 83 plus es ist auf jeden fall workout schottland ok wer ist das Madrid gibt's doch kein ist frau mein gott die frauen diese frauen nervenvoll 84 ich dachte gerade mal so welling so welling so wellingbombe Mandy Mandy das gefällt mir Mandy gefällt mir 89k 90k Mandy danke dir Mandy ich liebe dich Mandy für seine 82 rating machen wir mal auf ich hoffe da kommt auch workout kommen workout es ist workout Ronaldo nein ZM wer ist das Bernardo Silva Junge 88er ich hoffe dahinter ist immer noch was geiles dabei noch einer es sind zwei da sind zwei oder ne da ist nur einer doch da ist zwei da kommt das zweite Robben Diaz beides von City also wie geht das denn zwei spieler beide aus City Robben Diaz aus City Portugiese und Bernardo Silva aus City auch Portugiese nehme ich beide mit was ist dahinter geil da läuft der richtig gut Koulibaly warte fernandes auch noch alter Unterschiede ist ja was wert auch 30 40 kann nehme ich mit aber wieso der es gibt es gab es doch von dort aber geil ist egal die wie toll sind die 20k und Diaz alter wieder 20k leute vielen dank ich hoffe ich ziehe genau so was geiles bis zum nächsten mal viel spaß alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020